So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead. Und jetzt gucken wir, was in diesem Raum hier ist. Ah, sieht schwer nach Schlafzimmer aus. Ja, das sieht nicht so alt aus, das Blut. Hatte ich also doch recht. Hier ist ein Sturm gerade. Am Ankommen. Oder Unwetter. Können wir nicht die Tür schließen? Oh yeah, so verstecke ich meine Türen auch immer. Was haben wir denn hier? Schlafzimmer. 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 Ich sollte mich beeilen. Ende. Er ist Menschenfleisch. Du anst Use. Kalian. Dreck. Alter. Was? Schlafen die Kinder, Lea. Lea? Was ist falsch mit dir? Steinecej ihn dir, Lilly. Es ist immer etwas mit diesem Mal. Mann, ich habe dann das getötet. Was ist weg? Ja, das war ein Zeug. Jetzt haben wir Monster rum, die nichts tun, sondern essen die Leute. Und für was? Um weiter zu sterben, bis sie mehr essen essen? Wir denken, dass wir das Fleisch in die Bedeutung bringen können. Oh, ich werde püren. Wir lassen uns gehen. Andy ist richtig. Wir gehen nach die Leute, die immer sterben werden. Eine Art oder andere. Wie ihr. Was ist das? Bis dahin? Ich muss noch etwas machen. tun sein Was ein Arschloch. Es war eine Person. Sie versucht uns zu machen, eine Person zu essen. Aber du hast es nicht getan. Nein. Der Rest von uns hat es getan, verdammt. Wenn du nicht deine Fähigkeiten hast. Komm mal, Vater. Jetzt ist nicht der Zeit. Alles in Ordnung? Okay, Clementine. Sie haben dich nicht verhörten, haben sie? Nein. Öffnen Sie! Die Psychose haben meine Familie und wir sind in einem verdammten Mecklocker. Wir müssen uns hier rauskommen. Dieser verdammten Mecklocker war derjenige, der uns hier gebracht hat. Wollt ihr euch einfach mal aufhören? Ich bin Angst. Nein. Es wird alles gut sein. Ich werde uns einen Weg raus finden. Ja, ich probiere zumindest. Da könnten wir raus. Hm. Ich werde diesen Mann in Ordnung. Dad, du kannst ihn nicht! Easy. Dad? Nein. Dad, komm mal. Dad! Oh Gott, er hat aufhören. Ich glaube, er hat einen Herzschlag. Shit. Er ist tot? Er ist tot tot. Er ist 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 tot. Er muss passieren. Er ist tot. Er hat das, was der Mann in der Motel gesehen gesehen. Wie schnell er sich aufhören. Was sagst du? Lilly, ich bin sorry. Ich bin wirklich, wirklich bin. In ein paar Minuten, wir werden uns in eine in Ordnung in einem 6'4", 300lb. Echt tot. Er ist tot tot. Wir können ihn zurück. Bitte. Hey! Guten Morgen später. Aber gerade jetzt müssen wir ihn von zurückkommen. Nein! Verdammt, Kenny. Er ist nicht tot. Lilly, du musst ihm helfen. Ich wünsche, sie könnte. Ich glaube. Dieser Mann ist tot. Wir wissen beide, was nächstes passiert. Schau, Kenny. Zurück in der Drogstor, als wir alle alle gedacht haben, Duck war fit. Ich habe ihm den Vorteil der Dut. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Duck war nicht fit. Komm schon! Wir wissen, dass dieser Mann es nicht machen wird. Erinnern, was Ben sagte. Du musst das Gehrein. Komm schon, Lee. Du kannst nicht in der Mitte sein. Du musst meine Beine haben. Du musst meine Beine haben. Gott sei Dank, Lee. Ich brauche dich! Bitte hilf mir! Man sollte dich unversucht lassen, ihm zu helfen. Dad. Komm schon. Du musst deine Arsch aus. Nein! Lass das sein! Du bist dumm? Er wird sich umgekehrt! Du machst uns alle aufhörst, du sonnige B****! Drei! Du bist gar nicht wert, Lee! Du bist gar nicht wert, Lee! Nein! Nein! Jenny! Was ist das? Ich bin so sorry. Es hat sich gemacht. Du wirst nicht wissen! Ja, ich bin, Lee. Und so bist du. Ich bin auf dich. Ich bin sorry. Du f***ing tuckst mich! Are you okay? Is it over? Fertig, Momentum? Ja, für jetzt. Wir müssen noch ein Weg raus. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Von hier verschwindet ein sicherer Ort. Dein Walkie Talkie. Ja, richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber das macht dich besser. Manchmal. Wir werden raus, oder? Wir haben einen Weg raus gefunden. Ich arbeite an's. Ich arbeite an's. Sollten wir hier nochmal hier oben gucken. Do you have a coin? Ja, wenn wir so weit nicht haben, dann können wir das hier auch schlecht machen. So wie man hier sieht. Dann müssen wir wohl die anderen fragen, ob die Münzen dabei haben. Ich brauche eine Münze oder so was? Na, müssen wir hier weiter gucken. Ja, was? Portal? Nein. Was? 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 Wo bewahrt mein Geld auf? Wo würde ich denn mein Geld aufbewahren? Rechte Tasche, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob er auch Rechtshänder ist, aber ich würde das in der rechten Tasche. Und natürlich habe ich recht. Weil recht. Rechte Tasche, da habe ich recht. So, dann probieren wir jetzt nochmal. So, dann probieren wir jetzt nochmal. Das ist aber ziemlich große Münze. Bei uns sind die Kleinen. Oh, wir haben auch mal hier. Bei uns sind die Kleinen. Bei uns sind die Kleinen. Aber wir haben auch mal hier. Ich weiß nicht, dass du den Mut dazu hast. Ich weiß nicht, dass du den Mut dazu hast. Ich bin Angst. Du hast das Haus. Du hast es für Tage gehalten. Und ich habe dein Leben geraten. Das ist richtig. Okay. 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 So. Okay. Andere Chance, so bleibt uns her nicht. Ja. So macht man Stealth. Richtig leise. Ja. axa. Du bist okay? Hat jemand dich gesehen? Nein, aber da ist ein Mann draußen. Where the hell are you going? What do you care? Kitty! Livy, ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich brauche nur einen Moment, um zu sagen. Hey, wir sind gut. Okay? Ja, das ist gut. Scheiße, er wird uns alle getötet. Bleib hier. Bleib dir Lilly, okay? Ich werde. Oh, wo ist er jetzt schon wieder hin? Wie haben die dort gehangen? Ich weiß nicht, dass da was drin ist. Es ist ein verdammt schlauers Haus. Finde ich aber auch nicht toll von Kenny. Wie der sich benimmt. Ist man einmal nicht seiner Meinung, ist der direkt gegen einen. Oh Gott, was ist los mit diesen Leuten? Gut, eine Kreissäge habe ich auch bei mir zuhause stehen, aber nicht so eine. Vielleicht sollte ich nicht so etwas in der Zeit haben. Diese Runde würde niemandem wie sie. Was ist das? Ich denke, ich werde krank sein. Was kommt denn hier? Sicher. Aha. Ich lege also die andere Waffe weg. Kommen wir hier. Aua. Vielleicht aber noch was. Kleiner Feed. Ja, der sollte auch funktionstüchtig sein. Wir wollen die ja nicht töten. Ich jedenfalls nicht. Auch wenn die dann mit uns wollen. Aber ich will ja ein besserer Mensch sein als die. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Na dann gehen wir mal hinterher. Hoffen wir mal, dass er uns nicht vorher abschießt. Aber so lange wir uns durchfalten sollte es gehen. Was ist das? Ja, sicher. Vielleicht ist das zu viel zu haben. Schönen wir uns in der Nähe. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ich bin nicht sicher. Wir müssen uns selbst immer wiederum leben. en Weise zu leben. Ich bin nicht sicher. Das ist das zu geben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sieh, wo er jetzt ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Wohin ging er? Ich weiß nicht. Schau mal, er ging nicht nach uns. Sieh, wo er jetzt ist. Seppa! Er hat ihm nicht so weh getan. Kein Grund, ihn so zu verstümmeln. Auch wenn er mir eine Waffe ins Gesicht gehalten hat. Darum sollten wir uns kümmern. Warum hast du die alte Ungar? Hm. Das ist nicht so, wie es der Welt funktioniert. Du bist nicht so, wie es der Welt funktioniert. Das ist nicht so, wie es der Welt funktioniert. Das ist der falsche Weg. Das ist nicht so, wie es der Welt ist. Wie kann ich also durchschauen? Da, werden wir, bitte. Da. Ich schauze dich. Da, hier am besten. Da, bleiben wir zu, und sich prim. Ich werde gleich zurück. Dann gehen wir mal an. Das ist also der Unbetter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schuss! Ist jeder okay? Ihr habt euch zu lange weggezogen! Sie haben uns angegriffen, verschwindet von hier, wir brauchen eure Hilfe! Sie haben uns angegriffen! Ich wusste es! Ich habe gesagt, wir können ihnen nicht vertrauen! Schuss! Wie viele davon sind es? Zwei weg! Woher? Larry ist tot! Sie haben Marks Lids und versucht ihnen zu uns zu versorgen! Schuss! Ist jeder andere okay? Sie haben noch immer Duncan und Kaj in das Haus! Und ich weiß nicht, wo der Kinn ist! Okay, wir kommen in, um Hilfe zu helfen! Die Hauptgabe ist zu gefährlich! Geh rund um die Bins und seh, ob es einen Rückweg gibt! Ich schaue immer für Kinney! Hast du eine Weile? Ich gehe nicht nach Hause ohne ihn! Ben, steig nahe! Und lebe! Sei vorsichtig! Wir sollten etwas im Haus finden können! Aber was da drin ist, sehen wir erst in der nächsten Folge! Ciao! Ciao! Ciao!